Hallo bei der 1&1 Show, ich habe einen neuen Beruf. Ich bin jetzt eine Hexe. Ich habe sogar eine Katze. Nämlich eine Katze. Oh, oh. Wuff, wuff. Oh, ich glaube der Berber-Börger ist nicht mehr fähig zu moderieren. Deshalb war es heute mit der Show. Tschüss, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. 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 Vielen Dank.